So, dann sind wir jetzt bei einem sonniger Vormittag. Sechs streichen, okay. Sieben Minuten Zeit wieder, wenn man am Schatten liegt, muss man keine Sonnencreme verwenden, okay. So, ein wunderschöner Tag lädt richtig dazu ein, sich in der Sonne ein wenig bräunen zu lassen. Sofort nach dem Zähneputzen legt sich der Nachbar auf den Balkon. Natürlich muss er bei solcher Hitze auch Susi, seine Lieblingspflanze, rechtlich, reichlich gießen. Muss auch Susi reichlich gegossen werden, so. Und das bietet Wudi wieder viele Möglichkeiten, die Nachbarn zu ärgern. Ja, das stimmt. Machen wir das. Machen wir das doch einfach. Oh, er kommt gleich. Wudi, geh doch. Hallo, Wudi. Oh, lol. Ich hab grad 50 Milliarden Mal auf meine linke Maustaste geklickt. Ah, mein linke Maustaste spackt ab. Okay, hier ist auf jeden Fall die schmutzige Zahnbürste, muss ich da reinpacken. Ey, dass ich hier Kaffee verunstalten muss, das kann nicht sein, ey. Komm mal. Puh! Äh, oh. Puh. Ne? Not even close. So, wir nehmen die Blumenerde mit. Okay, was muss ich dann machen? Blumerde dafür. Honig dafür. Drei, vier, fünf und dann muss ich irgendwas noch mit der Pflanze oder der Gießkanne machen. Ich glaube, er wird nicht nochmal Zähneputzen gehen, bis ich nicht die Blumenerde da gemacht habe, ne? Ne, mach da nicht, okay. Oh, wo die beeil' dich? Beeil' dich doch! Ah! Ha! Ne, warte mal. Eins, zwei, Banane drei, Honig vier, Rauf fünf und der Regenschirm sechs. Da muss ich mit der Pflanze doch gar nichts machen, oder? Sonst muss man einklappen, damit er sich eincremt. Oh, was? Oh. Jetzt muss ich auf die Gießkanne, äh, in die Gießkanne. Die Gießkanne bringt er dann bestimmt nicht mehr hoch, nachdem er, äh, die Dings ge... Dings hat. Wow, Maxi. Alter. Noch deutlicher, bitte. Ha! Ah, ich kann die Zahnbürste schon mal hier. Zuck! So, wir wollen natürlich das Verdünnungsmittel da rein. Nehmen wir das da rein. Nehmen wir das dorthin. Zack. Ah, ich krieg' einen Kock in den Arsch. So. Nehmen wir den Linksklick manchmal nicht an. Seht ihr? Seht ihr? Wenn ich den Rechtsklick nicht annehmen würde, dann würde ich's ja verstehen. Durchs LOL zocken oder so, das hatte ich nämlich schon mal eine Maus von mir. Ist schon so halb im Arsch gewesen wegen LOL. Aber sonst? So, Kaffee. Aber ich muss ja sagen, Böse Nachbarn 2 gefällt mir um einiges besser als Böse Nachbarn 1, ne? Ah, okay, das funktioniert. Cool. So. Das hat geklappt. Dann rutscht er jetzt auf der Banane aus. Ich weiß gar nicht, ob das gerade schon zu früh sein hätte können. Nee. Das hat geklappt. Oh, ja, Leute. Schön. Also zuerst die beiden Streiche hier oben. Honig und Reiszwecken. Dann die Pflanze. Banane hier unten liegen. Kaffee und Zähneputzen. Schön. Nice. Einmal nice. Dip, 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 dip. Yeah.